Der VfL Osnabrück hat seine Spitzenposition in der 3. Fußballliga am 25. Spieltag gefestigt. Die Niedersachsen gewannen das Spitzenspiel gegen den Halleschen FC mit 2 zu 0, 2 zu 0, Marc Haider, 18. und Etienne Emenjedo, 27. trafen für den VfL, der nun 51 Punkte aufweist. Tabellenzweiter ist weiterhin der Karlsruher SC, 45. Allerdings kamen die Badener bei den Sportfreunden Lotte über ein torloses Römi nicht hinaus. Hinter dem SV Wehen Wiesbaden, 42 belegt Halle den 4. Platz, ebenfalls 42 die SPVGG unter Hachingis beim 0 zu 1, 0 zu 1 bei Eintracht Braunschweig wertvolle Punkte liegen, während die Löwen ihre Aufholjagd fortsetzten. Marcel Berg, 44., traf zum 1 zu 0 für die Eintracht, die nun bereits den 17. Tabellenplatz einnimmt. Energie Cottbus verlor gegen 1860 München mit 1 zu 2, 0 zu 0, und bleibt Tabellenvorletzter. Stefan Lecks 63. und Prinz Oyozu 86. markierten die Tore für die 60er. Felix Geißler, 90. 2, schaffte nur noch das Anschluss da für die Lausitzer. Hansa Rostock unterlag dem formstarken SV Meppen 0 zu 2, 0 zu 0. Marco Kommender, 51. und Thilo Leukers, 62., trafen für die Emsländer. Im Kellerduell behielt Fortuna Köln mit 1 zu 0, 1 zu 0, bei Carl Zeiss Jena die Oberhand. Mike Kegel, 13., traf zum Sieg da für die Kölner Südstädter. Die Fortunen verbesserten sich auf den 15. Tabellenplatz. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020